Hallo, was machen Sachen? Schau mal aufs Paket. Mal gucken, was da drin ist, oder? Ich weiß es ja eigentlich schon, aber ja, ich freue mich. Mein Handy, ja, eine Mini-Kettebisse. Ja, nicht mehr Finger schneiden, die brauchen wir noch. Ich habe da mal so ein Talent für Jens, vorsichtig. Ich hätte das mal aufgesehen, was kaputt schneiden. Damit habe ich nicht gerechnet. Sieht man's? Dezent überleuchtet. Fokussieren. Guck mal, ich habe einen Sticker. Ist ein Sticker, nehme ich an. Oder? Ja, ist ein Sticker. Ein kleiner Sticker. Von der lieben Sabina, die hat mir die zugeschickt. Ich habe eine kleine Fee gemalt. Ich male auch mehrere Bilder für ihr Buch. Und ganz kleine Sticker. Oh nein, wie süß! Sind ihr das? Ja, ich glaube schon. Voll süß! Nein, nein, Lola! Nein, 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 ich bin nicht froh, weil es... Nein, 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 nein. Okay, Kügelchen sind runtergefallen, Hund gleich... Oh, da ist was! Ja, wie Lola. Das ist aber nichts für Hunde. Du kannst den Karton gleich haben. Ja? Wen willst du dann haben? Diese Karton so kaputt machen. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Wenn ich's aufkriege... Ach, das ist noch mal zugeklebt. Okay, warte. Ich hab's gleich. So, Jens, guck mal, wichtig. So, das ist noch smart gelöst, da kannst du nicht runterfallen. Und das alles auch noch mal... Schöne Tasse! Warte, 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 wo ist das Mitte? Wo ist das Mitte? Genau, wo ist die Mitte? So, als schöne Tasse. Er spiegelt jetzt hin, aber man kann's ja... Ich hoffe, man kann's erkennen, doch. Mit der schönen Fee. Voll süß. Ich bin die ganze Zeit gefreut. Ein ganz, 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 ganz lieben Dank, dass du mir das zugeschickt hast. Auch mit Zusatz, mit Sticker. Äh, so. Ich hab's gleich. Mit Stickerchen und allen ganz, ganz lieben Dank von dir. Mir versprochen, der Hund kriegt die Pappe. Hund hat Pappe. Okay, Hund kreuzt sich, weil er hat Pappe. Wie ihr wahrscheinlich in der Überschrift gesehen habt, möchte ich noch was Zweites ankündigen. Ich habe einen Zweitkanal, da möchte ich ab nächste Woche mal mich als Vlogger probieren. Ihr könnt auch mal vorbeischauen und ich quatsche über Gott und die Welt und guck mal ein bisschen. Probier mich da aus. Und ja, zeig euch, was halt so läuft. Quatsch über Gott und die Welt. Ihr könnt ja mal vorbeischauen. Mit Themenvorschläge machen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ja. Mal schauen, was daraus wird. Ich will auch einen Bastelkanal daraus machen, wenn wir was basteln. Naja. Dann danke für die Aufmerksamkeit. Nochmal den lieben, lieben Dank für die Geschenke. Oder die Tasse, den Zicker. Und man sieht sich. Ja. 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 Ja.